das ganze leben ist eine einzige party sein doch was ist wenn man gar nicht eingeladen ist noch nie eingeladen wurde opfer alarm wir deine freunde wir sind hier verstehst du du kennst die anderen alle gar nicht die likes die follower das bedeutet nicht das ist luft was machen die anderen hier ich will dass die leute sich an mich erinnern an uns erinnern was ist leider so dass es jetzt zum ersten mal in der geschichte kein abby feier geben wird wir machen das du bist durchgeknallt warum hast du das gemacht wir wollen eine party wir geben dir eine party wenn die party floppt dann wird jeder der in zukunft einen verschissen namen googelt sehen was für kleine versager ihr seid ihr seid diese fame of fail kids ihr müsst die abby party unbedingt machen ihr habt die größte party des jahres angesagt also müsste mit den konsequenzen leben und was mit uns ich will nicht dass unsere freundschaft kaputt macht ja best buddies alles was wir haben wollen ist mit dieser einen party zeigen was wir drauf haben und